Zentral am Kurort Jonsdorf, direkt am Kurpark gelegen, empfängt das traditionsreiche Kurhaus Linke seine Gäste. Mit viel Humor und Heimatverbundenheit werden sie hier von Schäfer Jonas, alias Hotelchef Gerd Linke, empfangen und individuell vom Anreisetag bis zum Abreisetag betreut. Unser Schäfer Jonas ist ein offizieller Botschafter der Oberlausitz und weiß daher genau, wo es lang geht. Die vielen von ihm meist in Oberlausitzer Mundart erzählten heiteren oder ergreifenden Geschichten rund ums Zittauer Gebirge lassen jeden Urlaubstag zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Vor allem für Busreisegruppen, Sport- und Wandergruppen und Vereine bietet das Kurhaus Jonsdorf neben 27 Doppel- und 3 Einzelzimmern ein wahres Rundum-Wohlfühlprogramm. Gleich ob zünftiges Spanfeikel-Essen oder eine kulinarische Reise mit 6 Gänge per 6 Städte-Menü durch die Oberlausitz gewürzt mit vielen Informationen zur Historie oder Gegenwart, im Kurhotel gleicht kein Tag dem anderen. Für alle, die es sportlich mögen, ist die Kegelbahn der genau richtige Ort zum Schieben einer ruhigen Kugel oder einen mit viel Ehrgeiz und Können zelebrierten Gruppenwettbewerb. Zwei asphaltierte, vollautomatische Kegelbahnen machen hier beides möglich. Sehr beliebt ist auch das Wassertreten im gegenüberliegenden Kurpark am frühen Morgen. Oder ein Besuch der Minigolfanlage, der nicht nur die jungen Gäste begeistert. In den Abendstunden den Tag an frischer Gebirgsluft ausklingen lassen, dafür ist die Terrasse des Hauses der richtige Ort. Vielleicht gibt es von Gerd Linke noch eine Gute-Nacht-Geschichte, bei der kein Auge trocken bleibt. Erleben Sie eine Betreuung mit viel Liebe, Heimatverbundenheit und viel Humor. Familie Linke begrüßt Sie ganz herzlich im Zittauer Naturpark.